Okay, na da musst du doch nicht alle nähen. Hm. Da lässt du nicht ein Scheiß fronten. Alter, lass mal Leider laufen. Das Kleingemüse da, das muss man nicht bearbeiten, oder? Was ich auch mit so vielen Charts immer sehr toll finde, ist, dass die... Ja, als Extralebenzählung nochmal. Ja. Ja, ich bin Pit mit ner Knarre. Spend Megalink! Oh, ich übernimmst du dich nicht? Spend Megalink! Äh, er springt münd, oder? Wuhu, Pit is down! Wer bin ich jetzt? Ich hoffe mit Mario. Ich bin Mario. Ich weiß, ich hab's trotzdem gehauen. Ich will nicht! Ich will woanders sein! Hehehehe, ich will muss... Ich wovere gleich noch mal einen Bisschen. Aber nur ein bisschen! Jaaaaa! Bam! Was ich Köpfe nach oben machen lassen, gibt's noch. oh mein gott ups du hast mehr gebraucht ja spring richtig rein der kann ja nur einmal springen der blub die dinger sind voll die verarschliege nicht mal bis zum bohnen oder bis zur secke da haben wir jetzt keine zeit rein ja Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Ich bin Link. Und Mario und Gaby. Bist du was für Mario als erstes? Mario cool. Ich schieb's nur dieses Mal als erstes. Oh, das würde ich echt nicht sehen. War ja klingend. Zack! Hihihihi. Hallo, wir sind immer mal zusammen, ja? Ach, Schneckerei. Du isst die natürlich, obwohl du so nicht brauchst. Hä, ich dachte, ich isse mal was. Hallo, mit null Prozent. Brauchen wir auch immer so viel, ne? Na ja, der hat halt Hunger, mal. Die kann schon da eigentlich nichts vergessen. Aber willst du das wissen? Nein. Die zogst du doch gerade irgendwas. Hä, wer das wäre gern? Oder ich weiß, ne? Sollst du da Hildegardner an? Sollst du da hochfliegen gefischen? Nein. Wieso hat eigentlich jeder Mob zwei Lebensanzeugen? Ich glaube für uns beide. Ah ja, genau. Und das dann auch untereinander, damit's, dass man's ja besser sieht, ne? Ja, mach's jetzt mal zu hoch. Nein. Na ja, der will halt ein bissel springen, ein bissel zeigen, so ne Pause. Okay, mach's jetzt mal. Okay, mach's jetzt mal. Weg. Nee. Diese Scheiße. Aua. Oh, er fehlt. Mach's doch hin jetzt. Pädobüsse, Mann. Weißt du das? Aua. Ja. Jo, daja. Aua. Das ist nicht viel getan. Welches Schloss soll ich aufmachen? Das ist in der Mitte. Nee, das ist der ganze Awe. Ja, das hast du mir gesagt. Ist vorbei. Ah ja. Doppelfrom. So läuft der, wenn ich gar im Zag laufe. Wie bräuchte ich mal irgendwas, was... ...zu essen hier? Ist immer nicht schlecht. So ein bisschen Nervenahrung, du. Das war klar. Das ist doch wieder unabhängig. Ah ja. Ist das schön denn? Ja, ich hab 200, aber... ...das sind los, sieht jeder ein. Haha. Timing, Alter. Timing nennt man sowas. Und Scherben nennt man sowas. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Warte. Jetzt bin ich Mario. Mal wieder. Ich mag Mario. Ich mag so ganz meins. Es ist nicht so ganz meine Welt. Ich spiele schon über zwei Stunden. Zwei Stunden Spiele ist schwer. Uuuuh. Der Naab. Der Naab. Der Naab. Boah. Uuuuh. Der Naab. Fischkopf. Fisch, der in fast jedem Zelda-Spiel vorkommt. Gallendorfe. Stinker. Es gibt einfach nie. Klingt nicht gescheit. Das Truftrischt. Der lässt ihn immer am Level, damit er was zu tun hat. Au, Clurac her. Für den Pokémon Trainer. Hat sich sogar Fotos gemacht, ja. Ne. Ich spinne Lukas. Ne. Was bin ich denn? Das ist Lukas. Lukas stinkt, ja. Ich will ihn nicht mehr. Bussi, ey. Schegg, 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 schegg. Bam, Alter. Fass, Alter. Fass. Fass. Kuskade. Doch nicht. Ich sag, das ist Hydro-Pumpe. Wenn es nicht so ist. Was ist das? Das ist mein Hydro-Pumpe. Das ist mein Lidl, Alter. Das ist... Das ist... Das ist... Keine Ahnung. Shale-Pumpe kann es nicht sein. Das kann nur Pikachu sein. Na. Guck mal. Wuuuuh. Es ist vielleicht nur Pikachu. Vielleicht wissen unsere... Kommentatoren hier, ne. Die in den Kommenten schreiben können wir mal ein bisschen schreiben. Und antworten, ob das jetzt Hydro-Pumpe ist oder nicht. Hydro-Pumpe hat was mit Wasser oder nicht mit Surfen zu tun. Ich sag das aber. Aber bei der Folge kommt jetzt genau das Shiggy vom Elch genau das gleiche. Und das war Hydro-Pumpe. Ach. Das ist ein deutsches Synchro-Phase, man. Ja, das war bestimmt so, äh. Keine Ahnung. Pumpe. Hallo, ich will das nicht. Das Item will ich nicht, Mann. Oh, bald. Der Steins. Ski. rusty dickje讲 celebrator generell. Erns Wereldweти dieленder Frontier. Pumpe. Nicht ordentlich. Eism. Ha cases. Schle repet Howard-aw-евiss함. Sie vorstellen migrul...? Warum blät es auch dabei? Ah. Nein langerlais- Bumpe nah alleine. Sie ist Lipenspieler. Keine Ahnung Lass los Shiggy, ja? Lass los War der Pokémon Trainer, hab ich bestimmt hier reingesommen, ja? Ja, Eastwild, ja Ist die Scheißwaffe schon wieder, ey Ja Du portest B hier, hör Was sagst du? Hm, sag du Ne, ich schieke jetzt die Habe Ne, ernsthaft Kann ich mal langsam jetzt entscheiden Haben will, nicht haben will Sorry Ich schlieb eh noch Nur noch ein bisschen Shiggy Noch ein bisschen Shiggy, mach go Tschüss Tschüss Lukas fliegen sehen Ja, Lukas fliegt gleich Ich kann zu packen, wenn er so weit am auf der Au Shiggy, das ist nichts für dich, der Feuer hier Bissl zu heiß, ne? Ich hab' immer noch Spaß Ah, ge-gilt Jetzt ganz feuer Ah, heiß, 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 heiß Ich bin schubi Ich denk's, du bist für mich los? Ja, Lukas, eh, sowieso, ja, will den uns alles weisen Ja genau, bringe mich vor uns Feuerchen Hallo, ich fühle dich auf das Oh mein Gott, ne Bär ist auch schon wieder, oder? Alter, wo bin ich? Ich hab 260%lein. Ich bin jetzt nicht tot. Keine Ahnung wieso. Halt Lukas, ne? Knapp. Knapp sie wie alle. Bevor du das zu essen willst. Versuch dir der Fallschutz zu geben. Was du mit Lukas nicht alles so leicht bist. Ey, frisst's. Und du sollst frissen. Spen, riesen Schiggy. Bist schon fast tot, Mann. Ja, komm, jetzt essen die noch mehr. Ey, ich hab nach rechts geworfen. Der wirft gerade aus. Was ist das für, nach oben? Was ist für einer? Ey, du... Oh Mann, denn das ist so einer. Du musst alles klauen hier. Lukas, ne? Das ist ein Stinger. Hab schon vollgefangen genommen, ne? Ich hab... Ich hab... Fuhr auf uns die Pfanda, Mann. Ey, das hat er jetzt... Hab ich's nicht gemacht, ne? Aber ich bin... Basta Pokémon, man. Feuer ist... Nix gegen mich. Pausing. Take it, take it. Nein, ich will das nicht taken. Nein. Oh. Kaskade. Nein. Du bist auf zwei Geschäfte mit 202 Prozent. Oh. 242 und... Down. Down. Meine lieben Freunde, habt ihr das gesehen? Was ist das, Mann? Immer mit Lukas, der Noob, ey. Wait. Drecksvieh, ey. Das ist kein Mensch. Das ist behinderte Missgestalt.